Wie kann ich in Beziehung weiterleben? Wie kann ich in den Fragen meines Lebens den richtigen Weg finden? Den sagt Jesus, ich bin der, der sich dir zur Seite stellt und ich möchte dich führen. Ich werde dir die nächsten Schritte zeigen. Ich werde mit dir deinen Lebensweg gestalten. Und auch in Umwegen werde ich immer wieder deinen Weg auf meine Spur bringen. Du bist nicht alleine gelassen in den Fragen deines Lebens, in den Herausforderungen, die Dinge zu gestalten. Ich bin der Gott, der an deiner Seite steht. Du darfst mir nachfolgen. Wisst ihr, es wäre manchmal schön, wenn man von Jesus eine Landkarte bekommen würde, wie hier in diesem Bild. Und wenn er sagt so, heute gehst du diesen Weg, morgen dieses, und dann hast du einen Fünf-Stufen-Plan und dann bist du am Ziel. Und wir würden genau wissen, wie es geht. Jesus sagt, nein, du bekommst keinen Plan, sondern du bekommst mich an deiner Seite. Ich bin in deinem Leben gegenwärtig. Ich gestalte. Und du darfst Nachfolger sein, Schritt für Schritt. Geh einfach den nächsten Schritt. Und dann wirst du erleben, ich bin dabei. Ich helfe dir. Und ich sorge dafür, dass du dich nicht im Nirwana deines Lebens verirrst, in der ganzen Ratlosigkeit auf der Strecke bleibst. Und dann wirst du dich nicht im Nirwana deines Lebens verirrst.